Wir können uns nicht mehr allzu viel hinbewegen, weil die Zelle ist schon sehr nahe. Wie lachen wir das da? Ja. Okay. Das geht. Oh je. Äh, oh je? Jetzt, äh, Senlis. Senlis, ja. Senlis. Boah, das schaut aus, die Zelle schaut aus, bist du wahnsinnig. Entschuldige, Entschuldige, ich pass da oben, jetzt ein paar gehören. Den hab ich oben, bist du teppert. Senlis, ja, Saint-Lis, ja. Ja, tut mir leid, genau. Äh, ich brauch halt fahren. Mitten in Saint-Lis, eine Abfahrt, N330. Ja, schaut doch mal, das ist der erste Torcass. Also, so. Ja. Okay. N330. Le, Ludwig, Emil. Warte. 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 Senne. Penne. 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 Mit Doppel-Ein. Okay. Achso, können wir, können wir, können wir. Okay, passt, ja. Das reicht einmal als Information, glaube ich. Es haut uns gerade Riesentropfen ganz weit weg von der Zelle runter. Da sind auch Haukelkörner dabei. Das klang halt schon verdächtig. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich hab alles auf Video. Das reicht uns als Info dabei. Acht Zentimeter Haare hat's geschissen. Passt? Boah. Ja. Tschau. Dankeschön. Tschau. Ich hab alles auf Video. Soll ich das gleich ins Navi eingeben? Ja, bitte schön. Und ich muss wissen, wo war die Abfahrt? Oh, wow. Oh, wow. Oh. Das ist sicher falsch geschrieben. Nein, er hat's mal genau gespürt. Ja, das ist sicher falsch. Er muss das finden. Er findet jede Stadt. Also ich weiß, dass das Ding das kam. Wo ist denn die nächste Abfahrt? Ja. Woh, woh, woh. Oh, woh, woh. Oh, woh, woh. Schau, 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 schau. Oh, woh, woh. Oh, woh. Weg von den Schämen. Weg von den Schämen. Oh, 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 scheiße. Scheiße. Brücke, oder noch? Geht sich das nun mal raus? Oh, woh. Ja, jetzt, das ist doch ich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.